Hallo liebe Freunde da sind wir wieder bei einem kleinen großen Graben Minecraft Spielerei Müll den ich hier mache und ich habe zwischenzeitlich wie ich schon angekündigt habe ein bisschen das Zeug wachsen lassen, habe jetzt ein bisschen von dem Resin Zeug und habe in der Zeit hier das Eisen zusammengestampft das mittlerweile hier auch schon drin steckt wie man sieht so ich habe mir was überlegt ich werde die Insel hier hinten doch benutzen um was drauf zu bauen aber es wird was richtig cooles sein ja und zwar werde ich eine riesige möglichst endlose Festung dran bauen wie das jetzt aussehen soll oder funktionieren soll da bin ich noch nicht ganz so sicher aber ich werde dann schon mal das dann halt einfach machen was solls so darauf hin schlafen gehen und dann gehe ich da mal schauen wie es da drüben aussieht eigentlich wie die Ebene so aussieht und dann werde ich das einfach da oben drauf bauen und das was hier jetzt ist keine Ahnung das lasse ich stehen vielleicht brauche ich es nochmal für irgendwas ich weiß noch nicht noch habe ich ja im Grunde nichts gebaut so looky 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 was ist eigentlich Schaufel okay also den ärgern war schon mal komm nachher du Bob ja ja leg dich niemals mit mir an dann stirbst du oh das ist ja hier so ein niedergelegenes Tal nennen wir es einfach mal so da war ja was mhm das ist blöd also ich könnte theoretisch auch na Moment da drinnen bauen oh hallo Archer tschüss Archer ich muss mich mal kurz hier reinschauen wie es hier drin aussieht ähm das wäre hier eigentlich fast ideal dafür Au ah scheiße Hunger oh shit oh shit oh da hat Fleisch ein Starterfleisch oh nom 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 Regen schnell schnell Regen so dann tun wir hier mal so ein Schweinchen also Renos die Idee hier könnte ich hier bauen dann werde ich mir ist auch doof irgendwie naja gut gehe ich erst mal zurück bereite mich dann vor werde sowieso noch Steine brauchen und boah massenhaft Zeug eben weil ohne Steine ist ja schlecht mit fest dann habe ich gehört ja so hier steht auch so ein Waterhive Teil oder was bist du hallo meine meine Einstellung ist nicht da so mach dich jetzt mal kaputt wie auch immer du sein sollst keine Ahnung meine Achse ist kaputt kaputte Axt ich liebe kaputte Äxte someone will get the Axe so klub gucken wir mal wie weit wir damit noch kommen oh nom gott sie Stück geschafft gut die Festung einfach sonst im Nichts bauen ist ja auch langweilig naja ich werde das schon machen zu allererstes muss ich hier ein bisschen rumwuseln mit dem Zeug also er hier ist fertig er hier ist fertig dann bekommst du das hier dann lass mich kurz überlegen ja habe ich ja hier nichts im Endeffekt das ist hier drin so das ist fertig auf Stein hör mal dann haben wir hier nochmal Eisenerz dann brauchen wir das erstmal nicht diesen nicht diesen nicht ach da hat er durch das Update mit meiner ganzen Tastenkürtel Kürtel Kürtel weg ach so das war ja hier irgendein ok da war die Kiste gebackt so sieht doch nach was aus dann mache ich jetzt hier eine Axt wo habe ich jetzt meinen eine Axt dann werde ich hier rangehen damit eine Axt na nun so mit dieser Axt werde ich jetzt dann später gleich wenn es wieder Tag wird oder ich es Tag mache Bäume fällen und dann anfangen dort Sachen aufzustellen so in der Art wird es funktionieren das ist wie das mit dem Strom mache weiß ich immer noch nicht muss den ja irgendwie dann jetzt hier von hier aus rüber transportieren dann alle Fälle erst mal Steine mitnehmen bin ich jetzt verwirrt im Kopf oder ist das hier komisch durchlöchert das Mauerwerk das Muschwer cool das Muschwer cool r r r r r r redstone 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 it's gladstone because redstone so okay einfach nur lightning bug hier ach ja hier war ja wieder irgendwie was oh wei oh wei oh wei die nächste Axt wird aus Rubine sein so viel steht schon mal fest ich verbrauche echt von den Eisenern zu viel ich meine ich habe jetzt schon eine ganze Menge aber ganz ehrlich ähm es muss nicht übertrieben viel sein so äh das wollen wir nicht ich will immer noch kein Nikolai haben man behalte das mal für dich hier ey scheiße doch klar aber es ist schon cool ich meine ich könnte auch was aus der Höhle machen aber hmmm määäh nee 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 oder Oder? Ich weiß nicht. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ja. Ich mach das folgendermaßen. Ich bleib hier an der Stelle, an der ich bin. Ich werde dann doch alles von Hand hier bauen müssen, an Dreck und so weiter, an Erde, an Boden und was halt alles dazugehört. Ist halt ne Herausforderung, wie auch immer. Die von sich aus erweiterbare Insel, ganz einfach. Dann kann ich nämlich auch schon anfangen, hier so ein bisschen, naja, Gebäude zu bauen. Wenn man das so nennen kann. So raus. Ich hab jetzt hier schon die Geräte stehen und, oder das Gerät stehen und, ja, lassen wir es einfach dabei. Ist jetzt nicht runtergefallen. Schwer zu sagen. Hallo? Möglicherweise nicht. Oh, raus. Käpt'n, der Steckungstod. Na gut, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, irgendwo hier anzufangen. Das Erste, was ich bauen würde, wäre ein Türmchen. So ein Türmchen mit der Brücke dazwischen. Also so ein Übergang. Dann hole ich mal hier meinen Drag raus. Dragi, 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 drag. Falsche Kiste. Drag, drag, drag. Drag, drag. Dann könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ich baue das Ding. Also hier bleibt riesengroße Wasser für mein Kraftwerk. Da kommt der ganze Solarscheiß da rein. Dann kann ich, ja, ich baue das erst mal hier in die Richtung. Ungefähr so. Dann kann ich eigentlich, ich weiß nicht, wenn ich die Brücke... Dann machen wir einfach mal hier so ein bisschen rum mit dem Dreck. Zwei, drei, vier in die Richtung. Dann haben wir hier nochmal. Ganz zwei, drei, vier. Dann mache ich hier nochmal zwei dran. Und hier nochmal zwei. Dann haben wir auf jeder Seite sechs. Dann sollte das so hinhauen. Als nächstes werde ich mir Fackeln hinstellen, weil ich hab keinen Bock hier so, ne, so Zombies und so. Dann will ich ganz kurz die Aufnahme stoppen und ich hab wieder vergessen, das Henzer zuzumachen, so wie immer. Kurz AFK sozusagen. So, und weiter geht's. Ich hab auch gleich die Gunst der Stunde genutzt, was zu trinken. Das war ja echt mal nötig langsam. So, klack. Jetzt ist die Frage, wie groß ich das Teil mache. Äh, puh. Weil das eine kleinere, ich sag mal, Brücke ist. Ich muss mich fast behaupten. Ich mach einfach mal drei lang. Drei lang, dann diagonal. Ungefähr so. Moment. Der ist ein bisschen fehl am Platz. Der da. So in etwa, stell ich's mir grad vor. Mach ich erstmal hier in Fackeln dran. Erstmal so. Dann kann ich hier weitermachen. Machen, machen. Wir haben hier wieder drei Diagonale. So. Eins, zwei, drei Diagonale und diese drei Dinger. Wenn ich sie dann hätt. Das bedeutet, ich brauch mehr Drag. Ich muss mehr Drag haben. Und dann... Dumtidum, didum, 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 boing, dumm, dieboing, dumm, dieboing, boing. Borki, reicht. Wie sie alle brennen. Seht sie euch an. Seht sie euch an. Can you see it? So. Lässt mich ja bekannterweise in Ruhe. Da können wir weiter durchballern. Lässt mich ja bekannterweise auch in Ruhe da unten. Na komm mal raus. Da wirst du schon bereuen. You will regret this. Okay, so blöd zum Ausland rauskommen. Newt, freut mich. Kann ich mich nicht beschweren, oder? So, ich glaub das reicht erstmal für so ein kleines Inselchen gleich. Ich nehm das hier noch mit. Lässt das Eckchen hier und dann, also. Hier so halt einmal rum. Abgerissen und dann läuft der Hase. Ja, reicht. Okay. Plotze voll. Taschen sind eh voll. Ich seh schon. Dann werf ich ganz schnell mal hier so ein Drecksgras weg. Keine Ahnung. So ein Blödsinn. So ein verdammter Blödsinn. Na los runter da. Brav. Puh. Hm. Kann ich hier sehen. Bleibt einfach so. Ach. Ich wollte ja noch diesen hier machen, da ich im Augenblick echt nix am Hut hab mit Monster killen. Das ist der letzte Versuch hier ganz ehrlich. Wenn das jetzt wieder in die Luft gesprengt wurde oder sonstiger Scheiß. Dann bleibt es so vermatscht. Da hinten. So. Geht sie zu. Gummische Zeug. Das hat doch nicht nachgeladen. Hm. Ich hab beschlossen, dass das Ding da zu klein ist. Ja. Ja. Zu klein. Und zwar möchte ich das doch zwei größer. Und zwar. Und zwar. Ja. François. Möchte ich nur noch einen mehr auf jeder Seite. Dementsprechend verschiebt sich natürlich das Diagonalmuster eigentlich um einige. Aber passt schon. Drei. Okay. Dann kommt hier nämlich erst. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Dann kommt das Diagonalmuster nochmal. Eins. Zwei. Drei. Und erfinden wir den. Eins. Eins. Zwei. Drei. Und erfinden wir den. Vier. Fünf. Okay. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann wieder Diagonal. One. Two. Three. Jetzt das Mi. Drei. Drei. Vier. Und fünf. Da kommt die Bombs. Klack. Klack. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Fünf. Jetzt gibt es noch die drei Diagonalen zwischen. Das sollte eigentlich richtig sein. Eins. Zwei. Treu. Ok. Okidoki. Okie. Pokie. Pokie. Okie. Dann mache ich jetzt hier noch mal. Viere dran. Dann würde hier jetzt theoretisch dann wieder dieses Muster dran kommen von eben. So, haben wir aber erstmal nicht und wollen wir erstmal nicht, so. Jetzt geht's los, erst mal den Fußboden machen, dass ich hier ein bisschen treten kann. Joa, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja, ja. Okay, hier, dann mach ich das erstmal so, sagst du so, dann machen wir klack, dann machen wir das gleiche hier, dann machen wir lang. Der Eingang wird hier sein. Ungefähr so. Läuft. Dann kann ich jetzt sogar erstmal hier die Steine, die ich schon hab, draufsetzen. Dann bin ich sie schon mal los. Joa, gut Job. Fuckin' good job, man. You did it. Tja, das ist die Frage, wie hoch mach ich das? Ja.